Ich berechne mit dir die Aufgabe 1 aus dem Hauptteil 2 der letzten Abschlussprüfung aus Niedersachsen für den Realschulabschluss nach Klasse 10 aus dem Jahr 2023. Im Hauptteil 2 darfst du dann bei den Aufgaben auch einen Taschenrechner benutzen. Hallo und herzlich willkommen. Du siehst hier schon den Einleitungstext und die Aufgabe A. Ja, also in einer Umfrage wurden 1100 Personen befragt. Frage 1, haben sie Haustiere? Ja, da siehst du an dieses Kreisdiagramm Frage 2, falls ja, welche Haustiere haben sie? Und da siehst du dann von den Leuten, die also Haustiere haben, wie viel Prozent haben davon eine Katze, wie viel Prozent von diesen 61 Prozent haben einen Hund und so weiter. Teilaufgabe A. Berechne die Anzahl der Personen, die Haustiere haben. Also sollst du was machen? Überleg eben kurz selbst. Du sollst also 61 Prozent von 1100 berechnen. Ja, das kannst du mit dem Taschenrechner sehr schnell machen. Wenn du die Kontrolle darüber haben willst, was du da gerade machst oder wenn du die Formeln dir nicht merken kannst oder so, dann empfehle ich dir, eine Kurztabelle zu machen und damit zu rechnen. Ich werde das jetzt hier auch so machen. Wie gesagt, das kannst du auch blitzschnell nur im Taschenrechner berechnen. Mach es so, wie du meinst, so wie du dich fit fühlst in der Prozentrechnung. Ja, ich habe hier mal so eine Kurztabelle vorbereitet. Ich will jetzt ja herausbekommen, die Anzahl der Personen, ja, das heißt, ich schreibe in meiner Kurztabelle die Anzahl der Personen nach rechts. Also hier kommen dann die Personen hin und das ist eine Anzahl. Und bei der Prozentrechnung weißt du ja, das andere, das sind dann immer Prozente. Das ist also dann der Anteil. Das heißt, das kommt dann automatisch nach links. In Prozent. Ja, was wissen wir? Insgesamt sind es ja 1.100 Personen. Das sind also 100 Prozent. Das trage ich hier mal direkt ein. Also das Ganze, die 100 Prozent. Das sind 1.100 Personen. Ja, und was will ich wissen? Ich will wissen, wie viel sind denn 61 Prozent? Ich lasse eine Zeile frei und dann schreibe ich hier 61 Prozent hin und überlege jetzt, wie komme ich da von 100 auf 61. Ja, 61 ist eine Primzahl und deswegen muss ich jetzt hier einfach durch 100 teilen. Ich gehe also über 1, ja. Da passt sonst nichts dazwischen. Also, um von 100 auf 1 zu kommen, muss ich geteilt durch 100 rechnen. Und um von 1 auf 61 zu kommen, muss ich mal 61 rechnen. Das ist jetzt ja hier wie eine proportionale Zuordnung. Ja, je mehr Prozent, desto mehr, je weniger Prozent, desto weniger. Das heißt, ich muss auf der anderen Seite genau das Gleiche machen. Also, geteilt durch 100 und anschließend mal 61. Und dann habe ich hier automatisch die Lösung stehen. Ja, durch 100, das kriege ich ja hier sogar ohne Taschenrechner hin. Das sind 11. Ja, geteilt durch 100, das sind 11. Und jetzt muss ich 11 mal 61 rechnen. Da könnte ich jetzt den Taschenrechner zur Hilfe nehmen. Aber mal 11 ist einfach zu verlockend. Schau dir mal den Trick an, den man da anwenden kann. Du kannst es auch mit Taschenrechner rechnen. 61 mal 11, das ist nämlich 61. Und 6 plus 1 ist 7. Vergleich es mit deiner Taschenrechnerlösung. Das passt, ja. Ein schöner Mathe-Trick. Ja, Textaufgabe erfordert eine Antwort. Ja, in dem Fall dann also 671 Personen haben ein Haustier. Ja, das würde ich dann an deiner Stelle auf jeden Fall noch hinschreiben. Und dann hast du Aufgabe A gelöst. Gut, schauen wir uns direkt die Aufgabe B an. Von den Personen, die Haustiere haben, das sind ja die, die wir gerade ausgerechnet haben, diese 671, besitzen 70 Personen Fische. Berechne den prozentualen Anteil der Hausbesitzer, die Fische haben. Okay, der Haustierbesitzer, Entschuldigung. Wir sollen jetzt also ausrechnen, wie viel Prozent sind das? 70 von 671. Ja, also wie viel Prozent sind 70 von 671? Auch das kannst du wieder blitzschnell mit dem Taschenrechner ausrechnen. Eigentlich förmlich in einem Schritt. Oder du nimmst wieder diese Kurztabelle, die funktioniert nämlich immer. In diesem Fall will ich ja herausbekommen einen prozentualen Anteil, also so und so viel Prozent. Ja, das heißt, in diesem Fall schreibe ich die Prozente nach rechts, also Anteil in Prozent. Und überlege jetzt, links habe ich ja eine Anzahl von Personen jetzt in diesem Fall, also die 70 Personen und die Personen, die Haustiere haben und so weiter. Das heißt, nach links müssen in dem Fall die Personen, das ist eine Anzahl. Ja, was wissen wir jetzt hier bei dieser Aufgabe? Du sollst ja den prozentualen Anteil berechnen von den Haustierbesitzern. Das heißt, die Haustierbesitzer, die, die wir gerade ausgerechnet haben, das ist so gesehen, ja, der Grundwert sozusagen, also das Ganze. Ja, diese 671 Personen, das sind die 100 Prozent, das ist das Ganze. Und wir fragen uns, ja, 70 Personen, wie viel Prozent sind das? Ja, und auch da musst du wieder über die 1 gehen, da passt sonst nichts dazwischen, soweit ich das sehe. Also ich rechne aus, wie sieht es aus bei einer Person und dann für 70 Personen. Das heißt, ich muss hier rechnen, geteilt durch 671 und von da nach da mal 70. Ja, genau wie gerade muss ich drüben dann auch genau das Gleiche machen, geteilt durch 671 und mal 70. Ja, da brauche ich jetzt tatsächlich den Taschenrechner. Ich hole den mal eben dazu. Also muss ich jetzt als erstes rechnen 100 geteilt durch 671. geteilt durch 671 ist gleich 0,149 und so weiter. Ich schreibe es mal hier hin, 0,15 sind das ja gerundet. Jetzt musst du unbedingt immer mit dem Taschenrechnerwert weiterrechnen. Also jetzt nicht wieder neu eingeben 0,15 mal 70, sondern du lässt den Wert hier im Taschenrechner stehen und rechnest einfach dann weiter. Ja, also in dem Fall jetzt dann mal 70. 10,43 sind das gerundet. Du sollst ja immer auf zwei Nachkommastellen runden, wenn nichts anderes angegeben ist. Also 10,43%. Ja, und auch da muss dann wieder ein Antwortsatz hin. Berechne den prozentualen Anteil der Haustierbesitzer, die Fische haben. Also 10,43% der Haustierbesitzer haben Fische. Ja, das müsstest du dann hier hinschreiben. Ja, ich hoffe es war nachvollziehbar. Dann kommen wir direkt zur Aufgabe C. Michael behauptet, bei einer Umfrage muss die Addition der Prozentsätze immer 100% ergeben. Begründe, dass Michael nicht recht hat. Wir wissen also jetzt schon wieder anhand der Fragestellung, dass Michael definitiv Unrecht hat. Ja, er hat nicht recht. Und wir müssen es jetzt nur noch begründen. Das heißt, wir müssen jetzt einen Satz aufschreiben. Naja, und das ist eigentlich ziemlich einfach, weil, wenn du dir mal die Aufgabenstellung hier anschaust, da ist das nämlich genau der Fall. Die Addition der Prozentsätze muss nämlich wirklich nicht immer 100 ergeben. Guck dir einfach dieses Beispiel hier an. Wenn du nämlich die Leute hier fragst, welches Haustier haben sie denn? Oder welche Haustiere haben sie denn? Dann siehst du ja hier schon, hier sind es ja schon über 100, allein wenn ich nur die ersten beiden addiere. Weil es kann ja sein, dass jemand eine Katze und einen Hund hat beispielsweise. Oder Fische und eine Katze oder sonst was. Vielleicht hat auch jemand alle Tiere. Der kann ja überall dann ankreuzen sozusagen, dass er diese ganzen Tiere hat. Und somit kann da natürlich einen Wert rauskommen von über 100%. So, wie schreiben wir das Ganze jetzt in Kurzform? Du musst da jetzt also einen Satz hinschreiben. Also würde ich dann sinngemäß sagen, es können mehr als 100% rauskommen, wie in dem Beispiel zu sehen ist, da eine Person mehrere Antwortmöglichkeiten geben kann. Ja, und das würde ich dann hier hinschreiben und schon kriegst du da die Punkte. Ja, ich hoffe, dass es nachvollziehbar war und dass es so in der Ausführlichkeit reicht. Lass mir sonst gerne unten noch einen Kommentar da. Schau dir meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!